Den Teig habt ihr selber angelegt. Ja, ne? Ja, aber schön. Seerosen. Julche, Metten, natürlich ohnehin. Ja. Aber es geht auch schon um die Wasserflanz. Macht schon ein bisschen was her drüber, ne? Ja, das ist... Brauchen wir keine großen, keine großen. Nein, das ist schön. So ein bisschen was anderes. Mhm. Und dann ist das schon gut. Ja. Und Lurche sind hier auch drin? Ja, ja. Ja, jetzt sind die hier drin. Genug sind hier drin. Da seh ich da eine Schnecke, ist das sogar, ne? Ja, Schnecken sind hier. Das davon sind viele. Da! Ich hab so viele rausgeholt. Da oben sitzt doch einer. Auf dem Blatt. Ne? So ein Lurch da. Ich seh den gar nicht. Ja, genau da. Wenn das Blatt gekrümmt ist. Da! Ja, da sind genug drin. Oh, schön. Und die sind jedes Jahr, sieh die mal. Wo zum Leifchen, dann haben wir ab der Blatt oder was? Warte mal da oben.